Ich bin jetzt in der Jugendgeschichte, und zwar ein Spitalisten auf dem Rad. Der Junge hat auch den Spiegel aus Zierberg, 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 das habe ich gesagt. Robin, wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt. Also noch ein recht junger Kerl. Und wie leckert es mit ihm bist du zu Hause? Also ich war hoffentlich noch nicht. Und ich gehe mir heute auf, was ganz schön war. Und als du hier sehen, dass du einen besonderen Grund, und zwar in seiner Wahl ist es in der Augenhöhe. Robin ist zum letzten Jahr auf Wahlgeber. Ich wollte gerade Hobby-Welt ansprechen und zahle in der Stelle ein letztes Jahr weiter. Weiter lang, in der Augenhöhe als Kreis-Welt-Gesetzleister, richtig flach. Gut, der Vorbereitung wäre ein Frosch-Anpfiff-Gesetzleister. Auch in der Augenhöhe, in dem wir uns ja davor, wie leckert es das aus? Ja, da bin ich das ganz wichtig zu machen. Da bin ich gerade super, da bin ich sicher gefahren. Ja, auch der Vorbereitung, da muss ich nicht gewöhnen. Es steht vielleicht die Frage, was ist Frosch-Anpfiff, was ist Saugel? Auch wenn ich berichte mich, was da ich vielleicht wieder vorstelle. Vielleicht beschränkst du dich mal ganz kurz in den eigenen Worten. Ich habe auch noch ein bisschen eine Strecke, die ich komplett verabschiedet habe. Die Mordel ist überall zwischen 3 bis 4 bis 5 bis 100. Und die Strecke beträgt so 2 Kilometer. Und die Erfälligpläne, da gibt es vielleicht irgendwo zu tun, dass es zu gehen, wo wir heute in der Art von Werden. Das war also Raune, und jetzt sind die Verleihung, die wir heute ausgeschränken, wie sieht das aus? Ich kann das ja irgendwie tun. Das war nicht so. Das ist doch nicht so. Das war nicht so. Das war nicht so. Ich sanke jetzt, dass wir heute in der Art von Werden. Und bevor die Strecke haben, dann haben wir noch eine Strecke, die wir heute ausgängen. Und das ist natürlich schön, dass wir heute in der Art von Werden dero-Hausbiete. Das ist aber auch so. Und das ist ja auch so. Und wenn ich nicht gerne, dann können wir jetzt eigentlich heute in der Art von Werden. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.